So, liebe Kameraden aus Mittelfischbach, vielen Dank für die Nominierung an der Coldwater Grill Challenge. Wir haben da gerne daran teilgenommen, wie ihr seht, wir stehen in der Bach. Der Grill ist in der Bach, damit halt nichts anbrennt. Ja, die Würstchen schmecken, es ist kalt und es macht uns viel Spaß. Wir nominieren auch an der Grill Challenge teilzunehmen, den SSV Bernd Roth. Die Freiwillige Feuerwehr aus Laufenselden. Wenn die beiden Vereine an der Challenge nicht teilnehmen, möchten sie bitte 25 Euro an den FC Linde spenden. Innerhalb von sieben Tagen, um die Zeit einzuhalten. Wir werden morgen im Zuge des ersten Heimspiels des FC Linde Bernd Roth 112 Würstchen an den Veranstalter FC Linde spenden. Guten Appetit! Mahlzeit! Mahlzeit!